Moin Freunde, was geht damit? Herzlich Willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Im heutigen Video, Freunde, werde ich euch einen der besten XP-Glishes zeigen, die es vor der Zeit in Fortnite gibt. Wir können Wheeljack in wenigen Sekunden über 10.000 XP bekommen. Freunde, das Ganze ist kein Fake, ist zu 100% möglich, deswegen bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Was wir machen müssen, Freunde, ihr müsst genau diesen Insekutiv benutzen, 4716-1068-8202-V202. Dann, Freunde, einfach ganz normal auf Spielen und ganz normal in die Map reingehen. By the way, falls du heute neu bist und du kein einziges Video mehr verpassen willst, dann abonniere doch gerne diesen Kanal und aktive Glocke. Lass doch gerne ein Like da, falls dir heute dieses Video helfen sollte und auch gefallen sollte. Und jetzt, Freunde, viel Spaß mit dem heutigen Video. So, Freunde, zuerst müsst ihr einmal hier auf Spiel starten klicken, auf ganz entspannt. Wenn das Game jetzt gerade startet, Freunde, könnt ihr hier, wie gesagt, gerne meinen Greater Quote Teamer antragen, müsst ihr aber nicht. Jetzt, Freunde, wartet einfach kurz auf entspannt, bis das Game Real Talk ganz, ganz schnell startet. Das Coolste bei diesem XP-Glish, Freunde, ist eigentlich, dass wir eigentlich gar nicht viel machen müssen. Wir müssen nämlich einfach nur hinlaufen, bin quasi hier, wir laufen einfach kurz hier hin. Jetzt suchen wir einmal einen geheimen Button, und zwar Secret Room XP. Dort klicken wir einmal drauf, Freunde. Und jetzt bekommen wir schon unendlich XP und gönnt mal, wie viel XP wir eigentlich bekommen in wenigen Sekunden, Freunde. Wir haben jetzt sogar gleich über 10.000 XP, jetzt über 10.000 XP. Blödes, Freunde, es fängt immer von neu an, heißt, es fängt jetzt wieder neu an und ihr bekommt immer weniger XP in der Zeit. Startet die Map aber einfach neu, dann bekommt ihr wieder so viel XP wie jetzt gerade. Freunde, ich hoffe, das heutige XP-Glish wieder hat euch gefallen, dass du gerne liken, wenn ihr mehr von dem Video sehen wollt.